Wir sind eines der schönsten Ecken im Ganztiol. Das ist ja ein Juwel, was wir da haben. Ja, ich glaube, das bietet sich eben direkt an. Das ist der Zugang, der nördliche Zugang zu den Hauptgiganten. Und das ist einfach das Teil. Vor Jahrhunderten ist es ja nur für die Almwirtschaft oder für die Forstwirtschaft genützt worden. Und später ist mit aufkommen ja auch die Touristen gekommen und die wollen das sehen. Und das ist nicht nur allein die Schönheiten, die uns da erwarten, hinter jeder Ecke. Und das ist halt nach wie vor ein Magnet. Das hat man nicht überall. Man hat nicht überall diese Felswände und die so nah da sind. Die Nähe zu der Zivilisation, also zum nächsten Ort, sprich St. Kirchdorf, das ist einfach schon... Und Besonderheiten, wenn ich jetzt sage, ja, Besonderheiten, das ist die Schönheit der Natur. Ich kann sagen, es sind viele Däler, die sind, aber das ist was Besonderes, wenn ich da reingehe, weil ich mich erwarte da. Denn der Erste, ich glaube, jeder ist überrascht, der zum ersten Mal da reinkommt, weil er das nicht erwartet. Das maltereESS chiarstof. Ich verstehe, es ist einfach nicht so evident. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020